Hallo, herzlich willkommen zum Wetter. Der Winter pirscht sich langsam heran, das ist das Thema des Tages, denn ab morgen, da wird es vor allen Dingen im Südosten richtig winterlich werden. Es kann bis in tiefe Lagen Schnee geben. Doch heute, da merken wir davon noch relativ wenig, ganz im Gegenteil, es ist sehr mild, vor allen Dingen im Osten des Landes bis zu 8 Grad. Doch im Süden, da ist es schon etwas frischer mit Werten um die 5 Grad. Hier fällt auch stellenweise Regen und dieser Regen, der verstärkt sich am Abend und in der Nacht zum Donnerstag und geht dann immer mehr in Schneeregen und Schnee über. Und dann kann sich langsam auch in tieferen Lagen hier eine erste dünne Schneedecke ausbilden. Nach Norden hin, da bleibt es in der Nacht zum Donnerstag eher mild, Temperatur um bis zu 6 Grad an der Nordsee. Ab und zu fällt vor allen Dingen hier in der Mitte etwas Regen. Am Donnerstag dann eine starke Wetter-Zweiteilung über Deutschland. Im Osten, im Südosten hier vor allen Dingen relativ viel Schnee bei Werten um die 0 Grad. Und Schneehöhen, selbst in tiefen Lagen zwischen 5 bis 10 Zentimeter sind möglich. Nach Norden hin dagegen etwas milder mit Werten bis zu 6 Grad. Hier teilweise Regen, teilweise Schneeregen. Der Freitag an einen Tick kälter, weiterhin im Südosten Schnee und Temperaturen zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Und der Samstag, der bringt dann vor allen Dingen im Norden noch einzelne Schneeregen und Schneeschauer bei Tageshöchstwerten um die 0 Grad. Nachts kann es über Schnee sogar richtig kalt werden. Da sind sogar vor allen Dingen im Süden Werte bis minus 10 Grad möglich. Und mit diesen frühwinterlichen Aussichten, da wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss bis morgen.